hallo und willkommen zu xcom 2 mit covert infiltration das ist mal kurz schauen wie der status quo ist müde verdeckte aktionen müde okay da können wir wohl nicht so viel machen nicht jetzt das so muss man es erst mal fertig mal angefangen die neun stück dort können wir nicht so viel tun größer das ist jetzt gut schade kann man das mal die an audi jäger könnt hier sind größer liege mac kayo priest das hört sich nicht so schlimm an allerdings ist der jäger wahrscheinlich hier wir gucken mal wenn man alles in beere könne unser spark ist das min scheinbar auch lasst uns gucken also nicole definitiv nicht aber der team ist dabei und raffi eventuell afi wo sind ja hallo wo sind die frau so er ist ja schon leutnant und eddie ist schon immer ja okay die nehmann mit das ist so gut die idee ist jasmin ist auch die idee wird bei carsten ja 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 okay gut das ist super garsten ist dabei jasmin ist dabei alex könnte man mitnummern und kanadier wäre nicht schlecht stefan ist auch fit sollen wir unser spark mitnehmen der vielleicht bisher erfahrung kriegt also wir haben jetzt immer der verdeckt ist wir nehmen uns das park mit würde ich sagen gut nein nein irgendwas mit stock genau kostenlos nachladen und du kriegst panzerbrechend das ist denke ich gut du kriegst irgendwas ja und dann bloß improvisierter natürlich die vorderliche psi ein gedankensschild brauchen wir hier definitiv nicht unser spark das ganz schön tun mitnahme gift geschosse glaube ich nicht so alex pro der rüstung magnetgewehr und besserer kremlin und ein medkit könntest du eventuell genau das ist doch okay raffi bekommt auch ein magnetgewehr gucken ob man granatwerfer machen können du könntest mitnehmen keine ahnung auch klar und der gute die kritische anzug klaus gewehr und die giftgeschosse würde ich sagen hier können wir was drin machen automatiklader stecher warte das hätte ich aber kennen im spark warte was nun eh moment hier die meerladerin und die hammer also sollte man sie auch nutzen du könntest mehrlader zielfernrohr genau hier du mal upgrade fortschritt ist zielfernrohr mehrladen schon drin und du was können wir mitnehmen brauchen wir nix gut aber eventuell könnten wir wo sind unser kanaltwerfer das machen wir noch gut das sieht doch gut aus denke ich hoffe ich okay das ist wieder ein alter also alter missionstipp ohne der widerstand gut wo sind wir dann eigentlich okay ja dann arbeiten wir uns mal nach vorne jasmin hier hin unser spark die weiten flächen die frische luft raffi eddie puh doofe vor dem anfang oder soll man irgendwo hier hingehen gott gott das machen wir steuer und rest wo ist ja wo overwatch eventuell läuft was in uns rein ja das war klar ob das der kommt jo nur dass ich nicht bestellt habe mir gucken wir kann adventssoldaten rufen okay wo ich mal merke keine explosionen und dodge bodennach von höhere positionen schnittert immer nur dabei haben okay es gibt leider nicht mehr schade ist es nur mal keine bisher treffe aber er ist das gefällt mir ja gut oh komm und hünder ist ein meck und irgendwas anderes hat das der kaiopriest oder was das war wir müssen von unserer operation erfahren haben sie haben einen ihrer auserwählten geschickt wir sollten das ding jagen und ausschalten bevor es uns zu viele probleme bereitet das ist ja schon zu einfach du hast schon noch gar nichts gemacht du auf labert was von zu einfacher wo er gar nichts gemacht hat ja ich muss hier irgendwo hin wo man das so was sich tut komm zum spork geht mal einfach hier hin und redet kann der das stimmt oder ja ja kann der warte mal los mal gucke kann man das ist so ne doch geht schon die sommer wohl gibt es doch nicht ach das geht nur so nuff okay dann würde ich sagen ähm so machen wir einfach mal so der gute eddie geht ja er geht sie ja schon mit ja 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 die sind wahrscheinlich alle da vorne oh hier großer Liede stimmt die soll es ja auch kommen ja 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 gut okay jetzt haben wir uns nochmal getroffen nicht nicht angreifen nur das war konnte gehen okay hier ist ein Haus und vom Schutze und das war so ja gut kann schon ja gut so das schon mal gut okay unser spark muss raus ähm Vater hat sich selbst übertroffen oder davon davon gestreift okay nicht schlimm ja da könnte man jemanden frei es gibt so nöt okay raffi das ist wohl ein 88 prozent die die ich konnte er hier genau darauf ihr braucht kills das sollte man allerdings schaffen ähm ich habe irgendwie diese Panik wenn Eddie jetzt schon überruf zu gehen weil ich will den neuen der OV irgendwie Park oder hier aber das ist nochmal erstmal im nächsten Mal ich glaube dann würde mal was Trigger hier super das bringt ein Faceliste von ich habe die müssen wir jetzt umgehen was ich müssen wir die Triggerung unser Spark würde ich sagen rennt einfach nur hier hin das ist klar 3 wo auch okay gut so die bisher sind vielleicht egal die jahre das ist guter Punkt für Rakete ja nein zu weit hallo ach so das war das war der meg ich dachte schon ähm overdrive brauchen wir hier natürlich noch nicht wir könnten nur hier hingehen und das bisher hagelig können wir nicht Akumo doch wir können das hier machen das wäre auch gut ich hoffe wir machen da nicht die Brücke oder die sollte eigentlich theoretisch nicht sprengbar sind mal gucken was wir da komm 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 ähm 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 das wäre eventuell hier so das ist viel zu wenig ähm raffi ähm du bist bei gott nicht weit genug vorne wir gucken mal was er mit granat anrichten kann ja 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 das gefällt mal gut können wir eventuell schon ein bisschen was anschießen damit ähm ich weiß so jetzt können wir eine spinne anzufolzen eventuell was anschießen mit der raffi was killen kann ok nur chrysalid nicht schlimm oder nicht so schlimm vorerst ok der hat gute Schüsse für alles Karsten hat nur auf den priest Karsten muss ein bisschen näher herangehen sind nur angst hast du äh kannst du den Karsten naja kann schau das sehe ich nix ähm das ist super optimal so hm geh mots hier hin dann könnte mehr mehr impf ha wahnsinn 50 prozent das ist glow stasis das ist aber sehr gut das wärmer eventuell nutzer eventuell doch ober 34 muss schauen und so mehr von dem mann mit herkommen wir fangen es ja schon doch auch wie so ein trafiger Zeit ist noch geangt ist noch feinde tun so nun er die kannst du eventuell den Mac Kille ja und das wäre kommt überhaupt ein schwerer Schuss ja, bräuchte mal ja, den Mac will ich nämlich gar nicht haben das ist nämlich böse so, Carsten kann 90% auf der Kaiopriest das ist gar nicht nur so verkehrt und dann kannst du eventuell Teamwork ja, ich glaube, das machen wir so gut ok, du schießt das erste Mal komplett vorbei menschlich oh ne, das ist nicht der Ernst müssen oh, das war gar nicht gut das war gar nicht gut ne, du würdest fast Overwatch hier machen so, warte, muss das ähm na, lieber so, oder ja das ist doch sinnvoller, denke ich weil der Kaiopriest, der macht nicht so viel die Macht, die du da hast überhaupt verstehst so, machen wir Overwatch das war's halt ach, super ja ach, totaler Unsinn ach, chrysalidengift natürlich ok, müssen wir heilen ja, unglücklich, aber ja ja, super Idiot ich genieße diese fucking Idiote Alex du musst du ja so Alex Sittenmann das ist so in der Teil Ernst ey, du müsst irgendwo hin, wo du doch noch was machen kannst das wäre sehr gut ok, wir haben die Carsten du kannst du eine wir müssen, dass du den Killer so führt überhaupt hier wäre ich dran vorbei ok, alles, 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 was du Alex machen kann dann macht er das so und dann müssen wir kill es da führt hier wäre ich dran vorbei da würde ich fast schon sagen Sielenfeuer das ist nämlich garantiert mein Kind ist mein Weapon Edwin scheint seit neuestem auch Ausschussware zu produzieren so, gut Edi was sollst du eventuell so in der Rette wäre ich gar nicht so verkehrt, oder? genau du bist schon abgehauen so wir brauchen noch Anna ne, noch 2 ne, ich will jetzt nix triggere wenn wir stehen will die nicht wenn wir stehen will die nicht super 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 das ist gar nicht gut nur so Arschgeburt du kannst nirgendwoher machen sie es mir nicht zu leicht diese Einheit ist ziemlich beweglich okay, das ist ein Faceless okay, das muss die irgendwann so kommen so wie ist das? das ist doch gar nicht wir werden wieder ihnen übergeben Commander reloading okay, ähm Edi, du kannst schon eigentlich wieder ja ich glaube wir hin Carsten wer ist eigentlich markiert Carsten ist markiert okay dann müssen wir Carsten irgendwo hin nicht irgendwo hin zum Beispiel hier ist eine Markierung drin und Raffi können sich eventuell okay denn der Kili ist sicher ach, er hat schon eine Beförderung aber kann er trotzdem so lieber Dendert der ist noch fit jawohl ja so das muss man sputen dass man rüberkommt oh, wir laden mal neu was sollen wir versuchen ja, okay, gut das ist wahrscheinlich am besten wenn man einfach nur wartet bis die chrysalide gespawnt sind so das ist wahrscheinlich am besten so das Park muss neu laden nur gestreift ich mich verarschen so ähm dieser hier oh yeah wieso suchst du dich nicht ein nehm deiner größe hm ah doch doch dann können wir das kille und da Leute mal einfach bis nötig große Lied geschlüpft ist dass es wahrscheinlich am besten dann musste raffi gute stück nur vorne Alex, du arm Alex geht erst mal nur Raffi geht nur hier hin Na, da sparen wir uns die Schüsse Tun wir die Nachlade und Steady Weapon Wir kennen uns Ah, ja, ist die Träger Oh ja Die legendäre XCOM Und ihr begnadeter Commander Endlich vereint Ich hoffe, ihr flankiert Das ist mir ungut Das ist der Jäger der Ältesten Soweit wir wissen, ist er ein unerbittlicher Verfolger Äh, hallo So, du Öffchen So, der muss irgendwie Der muss jetzt auf den Boden So, warte mal, wir gucken, ob man dann irgendwie auf den Boden der Tatsache Wo du können, ne, eventuell ist das die Aufgabe vom Raffi Dann gehen sie erst mal in Deckung Ja, den Laura, den Grimmann Sonst noch irgendwie So, warte mal Ja, ich denke, das ist doch nur, oder? Er macht zwar keine Explosionsschade Aber er ist zumindest mal unten auf dem Boden unten im Fall schade Oh, und er ist trotzdem gescheitert Wunderbar Jetzt haben wir natürlich keine Sicht hier Das ist aber nicht schlimm Also wenn man wollte Könnte man natürlich wirklich noch Hier das komplette Haus in Reise Damit man uns Sicht machen Ne, ich glaube, das machen wir aber nicht Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Das ist so schön, dass die Öffnung weg Das ist so schön, dass die Öffnung weg Das ist so schön, dass die Öffnung wegkommt Das gefällt mir Steady Weapon Ach, du ne Das war echt ganz knapp, ganz knapp Zwei Biotrooper, okay Das war nie gut Ja, das war annehmenbar. Das war super. Echt du mit deinem Dach? Äh, hallo? Langsam müssen wir hier was machen. Langsam müssen wir hier was machen. Das geht so nicht. Ich ziehe das ganze Ding in Reise. Da kann ich Eddie sehen. Nee, die hat nur Sicht auf Döne. Ich könnte Overdrive machen. Bringt man das was? Lass gucken wir mal. Ich hab Raffi. Der muss jetzt erst... So, wir wollen... Moment, Moment, da war was. Ja, ja, ja. Genau so. Da auch wieder ne Woll mal Läbel los. Da können wir auch gleich mit Steinen werfen. So, als ähnliches machen wir mal jetzt auch. Keine Angst. So, jetzt sprengen wir uns... Nehme ich hier ein Loch rin. Dann haben wir hoffentlich es nicht durch denne. Nein, haben wir nicht. Doch, Hammer. Ach, da ist er. Alex, das wäre wichtig gewesen. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Okay, hier ist gar nichts. Der erste Ufte Overwurf, dem Enze steht Ding, was noch steht. So, ich bin nicht hier, um mit Spielzeug zu spielen, Commander. So. Oh, Laser-Visier hat sich gar nicht gelohnt. 95. Ist doch wohl. So, gut. Das haben wir nur noch... Oh, ne, nur noch zwei Zivilisten. Frick. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung. Aber diese Außerwälte hat offensichtlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, Commander. Wer ist dein Kollege, der Raffi? Das bringt auch nichts. Bringt das was? Eventuell... Wenn ich sie eher... Teamwork mache, dann kann der Raffi eventuell noch was machen. Das probieren wir mal morgen. Wir müssen den irgendwie killen. Super. Ähm... Whoo-hoo-hoo. Dann geht es jetzt, oh-ho-ho. Oh-ho-ho. Eddie hat nur noch Snapshot. Freak. Ach. wüsste ich nicht dass das nicht geht ohne scheiße das ist gar nicht gut ja es ist die grün rauch kann natürlich alle damit mal die chance haben dass der war vorbeischießt so gut okay gut und das ist insofern gut oder die ihr zivilisten wird gilt es ist total ärgerlich so wir machen sich die Kühne holen so was jetzt das war der kill und das war irgend so faceless der erwacht ist um da ist genückel ist von popo momo die heilung mit dem rest würde ich sagen das ist noch der gesichtslose ach der Ober auf dem Dach war der hat das war der zivillisch und er nur drei das ist in Ordnung wer will die Kiel ja besser aber mir wollte es nicht drauf ankommen dass er es mir hatten Förderung das Park ist nah dran nicht weg das dauert auch ein bisschen kommt Spark kill das war knapp das war sehr knapp ok man of the match Carsten das ist ja er sammelt die Auszeichnungen na genug ok keine Zeit auszulaufen ok lex nix ravi auch nix eddie falke ok die sieben Tage sind gar nicht gut Carsten ist noch annehmbar elf Tage nur gut befördere hafi heat war herz ist gut sehr fett natürlich jasmin oh nulllanze die ist gut leere Spalt der ist auch gut aha gut nicht beide leere Spalt ja wir haben zwölf das kostet 15 wir holen noch die nulllanze holozien brauche ich mit dir nicht fortify könnte man eventuell noch holen sehr schmuck ok ähm Spark ein Regenmacher hm 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 ja das ist gut ok ja hm zerfetzen hast du ja zerfetzen würde ich sagen das brauchen wir immer gut beziehungsweise Hallo Commander nicht gut da haben wir jetzt überhaupt keine schlagfertige Truppe haben das ist ein Chaos ähm haben wir äh jemand in der Krankenstation haben wir niemand da hole ich jemand raus so ok und dann würde ich sagen wir machen auch beim nächsten Mal weiter ja allerdings können wir gar nicht so viel machen wir müssen nämlich warten bis äh äh keine ahnung auf jeden Fall wir müssen warten bis wir erläutern und genau beim nächsten Mal geht es weiter bis dann Bye 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 Vielen Dank.